Sieben Meter für die Erste und zwei Minuten Strahler von 1927, Philipp Böhrer aus Rüstung. Das war's, das war's. Zum 26, 27, 27, 25, 25, 25, Samo Heffi. Zum 27, 26, 25, 25, Paul Kahn. Zum 28, 25, 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 Bravo! Auf geht's! Weiter! Auf geht's! Auf geht's! Weiter! Bravo! Also 30 zu 30. Jetzt nimmt die Frau Nummer 15. Paul Kadesch! Leon Lena Heldt! Und es gibt eine Zwei-Bürgenstrafe für unsere HB10. Wenn man Nummer 18 mit einer HB10 hört. Und zudem, es gibt Meter für die Gäste von der ASK Ponskart. Und das war der Schlusspunkt, meine Damen und Herren. Der Ausgleich ist doch gefallen! Der Ausgleich ist doch gefallen! Aber wir haben alles in der Hand. Wir können mit einer riesigen Rundspieler mit der Ausgleichung von heute Abend bei Bundesliga von Sektor. Also bitte, eure Wettbewerbser für die Mannschaft. Jetzt! Und in Wanzkanz! Töne, nicht mehr! runner! dwelling! Hör dir an ihr! Wa**, wa**! Das und das da sind 3. Jahrhundert, 2. Kommande! 2. 1. 2. Vereinbarung! 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. quá šiessi dealers. Vielen Dank.